Gut, hier haben wir mit der Korsakeneinheit wieder das Karabiner, müsste das hier sein? Das wackelt. Wackelt das immer noch so doll? Ja, es tut es. Keine Ahnung, warum das so doll wackelt. Aber wir haben noch eine Zweitwaffe, wenn ich das richtig gesehen habe. Ne, haben wir nicht. Hi Leute. Hier haben wir nicht, okay. Keine Zweitwaffe für mich. Nur Granaten. Okay, aber wir können hier relativ gut die Feinde aufhalten. Wir müssen schon wieder dritten durchladen. Wir können auch ganz kurz das mit MG besetzen. Und so ein bisschen unseren Leuten da aushelfen. Aber auch nur etwas. Ja, sie sind ziemlich nah. Alter! Ich treffe auch nicht. Diese Waffe wackelt einfach so dermaßen. Ich habe keine Ahnung, wieso, weshalb, warum. Wieso wackelt die so doll? Okay, wenn jemand das weiß, warum diese Karbein so hart wackelt. Würde mal ab in die Kommis. Schönen in die Kommentare, damit ich es weiß. Wir gehen mal zur blockierten Straße. Das sieht auch so aus, als ob wir hier Struggle haben. Wir haben hier so eine ganz andere Art von Handgranate. Keine Ahnung, welche das ist. Oh, verdammt. Oh, hier ist auch eine gerade reingeflogen. War eine Gasgranate, okay. Ich hoffe, es ist Rauch, meine ich, anstatt Gas. Mal bin ich auch an irgendwas Gasförmigen erstickt, was einfach aussah wie eine Rauchgranate. Oh mein Gott. Alter, komm da raus. Oh, danke. Das hier ist Gas. Oh Gott, da oben ist... Einer auf den mittleren Hügel. Angeschossen nur. Oh nein, die ist doch vorgelandet. Ich hasse Granatenwerfer in dem Spiel, by the way. Ich kann das sehr schlecht immer einschätzen, weil man wirft sie zu weit, man wirft sie mal nicht weit genug. Ich will mal mit der Granate Spaß haben. Komm, gib mir. Gib mir Sporn hier an der Front. Fang! Laternengranate. Komm rein, rein und sichern. Was ich gerade mal gucken möchte. Ach nee, wir hatten tatsächlich nichts anderes, ist okay. Ich dachte noch irgendwie, wir hätten was. Ich kann mal überlegen, ob wir jetzt von hier unten zur Festung hochgehen. Wobei am Observatorium konnte man auch... Observatoriumskram konnte auch Support benötigt werden. Eigentlich gerade alles scheiße aus, ganz ehrlich. Oh mein Gott. Ach komm, den habe ich bei mir, für mich gefühlt getroffen. Ich habe nichts zu trinken mehr hier, mein Klass ist gleich leer. Muss ich mal zusehen, dass ich noch was bekomme. Ach, ich hasse das. Also irgendwie das Mosin-Karabiner ist, ehrlich gesagt, keine Waffe für mich. Wenn wir eine Granate in den Graben kriegen. Heute hat niemanden getroffen. Und wir haben uns gegenseitig erledigt, okay. Absolut keine Waffe für mich. Hey, ich kann das hier oben nicht aufgeben, weil... Dafür einfach, dass ich viel zu einge... Tammt haben. Ach. Sind wir jetzt hier drin sicher? Oh mein Gott. Ich habe kein Bayonett. Ach ja. Ich habe kein Bayonett. Ah, warte mal. Nein, ich war von einem Bayonett erledigt. Das hätte jetzt gerade schon die Verstärkung der Feindlichen Einheit machen können. Aber dann kommt Mister... Ich habe ein Bayonett und mach bumm. Okay. Da unten bräuchten wir Verstärkung, hier. Beim Observatorium. Ist das auch... Observatoriums-Kram, ja. Komm. Rein und halten. Na, schade, schon wieder nicht. Ich glaube nicht, dass er tot ist. Oh mein Gott. Wir hatten kein Bayonett. Das habe ich ganz vergessen. Dieser Charge-Angriff sollte ich auf keinen Fall machen, weil wir kein Bayonett haben. Alter. Remske, was denkst du dir gerade? Ganz ehrlich. Kein Bayonett und ein Charge-Angriff? Ist wirklich etwas dumm, ohne Bayonett und ein Charge-Angriff. Oh, immerhin noch einen. Ach, ganz ehrlich. Die Waffe wackelt einfach zu sehr. Bop, 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 bop. Bop, 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 bop. Bop, 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 bop. Oh mein Gott. Ha! Dich haben wir trotzdem bekommen. Dann machen wir einfach in die Menge da. Hat niemand bekommen, okay. Egal. Versuchen wir die Linie zu halten. Aber wir haben es bald. Also ich hatte auch kein Problem, wenn ich jetzt hier nochmal eine neue Granate bekomme. Und die von hier, ja. Einer. Können wir aber abwehren. Nein, geh weg. Geh weg. Ich habe zwei mit der Granate bekommen. Bis zum nächsten Mal. Okay. Und so geht's.